So ein Mix da drin. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe das, glaube ich, aus sieben oder acht Texture-Packs zusammengestellt. Aber von daher, das ist echt nicht schlecht. Und der Nebel, der fuhlt sich genauso schon mal richtig, meinen Texture-Pack zu sehen, weil der hat das noch nicht gesehen. Und ich glaube, der hat schon gesagt, ja, du spielst ja auch einen Texture-Pack, nimm mal den Texture-Pack rein. Und ich so, nee, das ist ja noch nicht fertig. Und der dann, ja, dann macht das endlich mehr. Ja, ist egal, mach trotzdem rein. Ich so, nein, ich mach das erst rein, wenn der fertig ist. Das ist auch richtig so. Honeyball macht ja auch nicht, wenn das jetzt nur halb fertig ist, setzt die das jetzt auch nicht ins Internet rein oder was. Warum leckt das jetzt gerade so? Ich glaube, ich traue meinen Augen nicht, aber wenn es Singleplayer leckt, das ist echt krass. War das gerade ein Zombie? Boah, ey, diese Legs, ne, die regen mich auf. Die werde ich gleich mal klären, Leute. Und dann, ähm... Geht ihr da weiter? So, ich werde mal jetzt eben die Aufnahme stoppen, damit ich die Legs klären kann. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao! So, Leute, da bin ich wieder auch mit hoffentlich besserer FPS. Ein paar Fehler behoben und auch noch Dateien gelöscht, die auf jeden Fall unnützt waren. Die nur Leistungen runtergezogen haben. Gerade klappt es auch irgendwie besser. Und anscheinend hat es etwas gebracht. Das ist sehr gut. Ich bleibe auch im Moment bei 30 FPS stabil. Und ich werde euch wahrscheinlich in der nächsten Folge dann auch mein Texture Pack zeigen. Oder ich mach's jetzt. Gut, ich zieh mal eben mein Texture Pack rein. Das könnt ihr auch noch weiter sehen. Ihr seht, ich hab die Vorlage von Misa genommen. Die war mir an... Äh, die war eigentlich ziemlich gut. Weil das Text-Custom-Text-Spec da noch nicht raus war, hab ich einfach Misa genommen. Egal, das war, als ich im Urlaub war und da hatte ich kein Internet und dann konnte ich das Custom-Text-Spec nicht runterladen. So, jetzt kann man sehen, die Schrift ist kleiner. Jetzt muss ich noch alles beheben. Ne, mehr Spieler wollte ich jetzt nicht. Single-Player, let's play. Welt wird geladen. Dieses Minecraft sich aufgehangen hat. Das wäre nicht so ganz gut. Ne, wir sind wieder da. Und hier könnt ihr sehen... Also, das ist der Minengang hier. Immerhin sind meine Sprünge jetzt komisch. Na, egal. Das ist Erde. Ähm... Was ist denn das? Achso. Ich glaube, man ist sehr irritiert. Das sieht alles total anders aus. Okay. Ne, da die Fackeln. Die haben schon einen geilen Effekt, aber die haben dieses komische Teil da rum. Und so sieht es sehr cool aus. Und hier unten geht es mit Erde weiter. So, jetzt machen wir einfach mit dem Texture-Pack mal weiter. Ich kann euch ja jetzt nicht jede Textur zeigen. Da ich jetzt auch noch HD-Textures drin habe und HD-Font und so weiter, äh, ist es sowieso nicht mehr original. Also müsste ich euch das nächstes Mal nochmal zeigen, wenn ich dann rausgepatcht habe alles. Oh, ne Höhle. Und da unten ist Wasser. Ähm, ich würde sagen, wir setzen uns da jetzt erstmal eine Fackel rein, da. Und dann bauen wir uns einen Weg nach da unten. Das ganze Dirty erstmal wegmachen. Den ganzen Dreck. So. So, und schon sind wir unten. Oh, das ist aber eine Goldgrube. Oh, yeah. Geil ist das denn mal. Da unten ist Lava. Aber was ein Lavasee. Wenn ich da reinfalle, werde ich aber, bin ich aber totgeärgert. Und irgendwie sind hier keine Mops. Das ist natürlich desto besser, weil ich dann hier ganz in Ruhe das Gold abbauen kann. Ja, ich weiß, das Gold sieht sehr komisch aus, aber das ist alles nur wegen dem HD-Textures und HD-Font. Weil ich muss ja auch wissen, wo Lava ist und so weiter. Für die Kohle baue ich jetzt nicht weiter ab. Ich hole jetzt erstmal hier Eisen und Gold ab. Und das ist Eisen, das kann ich so abbauen. Ups. So. Ich bin hier oben. Äh, wo ist denn das Eisen? Das war doch hier irgendwo. So, gut. Das war anscheinend Lava, weil da ist Cobblestone jetzt. Gut. Das ist Kohle. Ein Bogenschütze. Jetzt hat man ihn nicht gesehen. Werden wir jetzt allerdings ändern. Und hier ist ein Mega-Lava-See. Da hinten ist auch Redstone, aber das baue ich jetzt nicht ab. Aber ich kann meine Höhe gar nicht erkennen, weil die so verschwommen ist. Welcher mit F3? Ah, das geht noch. 19 bin ich. Da oben ist noch ein Robin Hood, glaube ich. Ich werde auch noch mit den Legs. Das hat weh getan, ja. Wieso? Wieso fragt ihr? Ich muss jetzt schnell hoch. Schnell hoch. Einfach nur schnell hoch. Ich lasse den Robin Hood mich nicht verfolgen. Oh mein Gott. Jetzt machen wir ihm Lebensgeneration. So, dass wir uns nur noch einmal treffen. Dann killen wir den. So Leute, ich werde jetzt aber immer eben die Aufnahme stoppen, weil ich jetzt eben patchen werde. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder, wie man sehen kann, ohne Texture-Pack. Weil ich habe gerade keinen Bock, das zu ändern. Und ich kille jetzt erstmal das Skelett da. Wow. Bin ich attackiert? Dann wirst du sterben. So, du bist tot. Oh, die können wir ein bisschen das Zeug einsammeln. Und es sollte da oben erst wirklich hingehen, wenn ich wirklich, ähm... Ja, ist das. Wirklich viel Wasser habe. Und fackeln. Dann nimmst du die Kohle deine Decke, baue ich trotzdem. Dann gehen wir wieder. Na, okay. Bin überredet. Ich baue hier noch die Kohle ab. Was ist das denn jetzt schon wieder? Hm, krass. Gut, jetzt gehen wir mal wieder hoch. Weil ich habe keinen Bock abzukratzen. Es wäre sogar möglich, dass in 10 Minuten die 1.3.2-Version raus ist. Also wir haben jetzt 14.49 Uhr, also in 11 Minuten im Prinzip. Ich bin gespannt. So, hier kommt jetzt einfach mal der ganze Müll rein. Und das Gute kommt hier. So, was machen wir jetzt? Hm, das ist die Frage. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal Schluss. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Leute.